Hallo, oder wer ist das? Ja, ist er. Wer ist das? Ja, ist es. Sammy! Halt, beeilts mal! Beeilts mal, bitte, lass mal beeilts. Seid ihr alle von Shopping? Nee! Seid ihr alle von Shopping? Nee! Welcome! Auf Regenbad! Ja! Ja! Heute ohne Lena! Sammy! 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 Vielen Dank! Sammy! Ach, der ist doch Frau Fischer! Ja! Jetzt erkennt sie! Ja, mit roten Lippen! Na, da ist doch die Frau Fischer! Es ist doch die Frau Fischer! Danke! Das Badhaus ist schon hier vorne. Das ist ja großartig, das liegt bei mir zu Hause. Für Jens bitte mit, gerne. Wunderschön. Vielen Dank, alles Gute. Danke, danke ebenso. Vielen Dank, alles Gute. Komm her, Tresako! Komm her, Tresako! Hey, John, bitte! Den kenn ich doch auch. Kannst du die machen? Geht's? Ich hab das keine Handball, das Ding. Ja, klein bisschen nur. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Wollen wir ein kleines Gute holen? Wollen wir ein Foto machen? Dankeschön. Kommt auf YouTube! Aber trotzdem. Hier sind sie! Rote Rosen! Rote Rosen! Rote Rosen, genau! Anjana! Anjana! Das ist toll! Das ist toll! Das ist egal, das wir machen. Und jetzt bitte mal den einfachen Rittberger. Ich hab den Boni gesehen, weil es so freut euch. Wo hat er geschrien? Ich hab noch einen Anahmelberührt. Ich hab noch einen Anahmelberührt. Irgendwo jetzt noch was? Irgendwo jetzt noch was? Irgendwo noch was? Irgendwo noch was? Irgendwo noch was? Irgendwo noch was? Ich hab's gesehen. Warum fängt das jetzt an zu prüfen? Aber die meisten sind für euch, oder? Hier drückst du? Ja, da drückst du mich nicht so oft. Ich bin hier in der Rede. Ja. Ich weiß es noch nicht, schlattest du was? Ja. Ihr seht alle gut aus. Frau Hoffner! Frau Hoffner! Bitte! Körde, Ramme, bitte! Freunde, mach ich das beim Rückflick? Da seid ihr schon letzte Woche noch in Köln. Jetzt schon wieder hier. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir auch. Wir reisen hinterher. Ja, ich hab zwar. Ich muss das jetzt quetschen. Das war das eine Bild hier, bevor es nass war. Oh ja, mach mal. Hat sich aber wieder schick gemacht. Dankeschön. Bestimmt von Herrn Quetschen war das gleich. Dankeschön. Heute mal nicht, Marc. Der heißt Marcel Berlin. Der hat bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt und ist Designer. Wusste ich gar nicht. Nein, nein, über den. Nein, nein. Nee, nein. Ich bin nicht. Nein, nein. Das ist ein Louisville. Das ist eigentlich eine Sprüche. Jetzt kommen wir hier. Um, um, um. Zu wertvoll. Zu wertvoll, ja. Sehr jetzt ärgerlich, aber vielleicht war es ja nicht teuer. Ja. Na komm noch eines. Kommt noch eines? Ja, ich kann nicht helfen. Ja, ich kann nicht helfen. Ja, die Gruppe ist gut. Komm her. Wenn er immer selbst insnistet. Ja, der Reisbräckchen hinterher. Vielleicht gar nicht. Okay, schau mal. Was sind die Marke? Soko Leipzig. Soko Leipzig? Marco, wie hast du denn den? Ah, ja, ja. Marco ist dabei. Marco. Ich muss erst mal warten, dass es hier an den ersten Mal fängt. Schreuder? Steffi Schreuder. Steffi Schreuder. Steffi Schreuder? Melanie. Und der eine drängt. Steffi Schreuder. Herr Ökos. Stärken? 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 Äh, reich muss ich jetzt erst mal? Ne. Ne. Was machen wir jetzt? Nass nicht? Bist du bestimmt mit dem Arm durch, oder? Hm? Bist du bestimmt mit dem Arm vor, oder? Ne. Stimmt's gar nicht. Das ist doch nicht. Jetzt muss ich hinterherlaufen, weil... Hm. Komme. Das müssen wir nachher bei uns machen, oder? Hat jetzt keinen Zweck, ich muss da... Wir müssen rein. Ja. Wir sind auch zum Arbeiten hier, also nicht, dass sie denken, sie haben hier Freizeit. Genau. Danke. Ein Schauspieler. Ja. Ich meine, die beiden... Ja. Start, ne? Ich werde ja weiter mal geschafft, im Moment. Hallo. Hallo. Hier sind Bilder drin. Hier ist rausfliegen. Und das ist ein Rasswort. Muss man schnell machen. Okay. Hier drauf. Ja. Vielen Dank. Alles gut. Danke. Danke. Gut.